Gib mir den Geldbeutel! Mein Geldbeutel? Ja du Depp! Junger Mann, ist es dein Ernst? All dieses verschwendete Potenzial für einen Geldbeutel? Siehste, das ist das Problem der Jugend heutzutage. Ihr macht nur das Nötigste. Du raubst mich gerade aus für den Geldbeutel, in dem vielleicht 200 Euro liegen, während um die Ecke eine Sparkasse ist, in denen Millionen liegen im Tresor. Das ist eine Mindsetfrage, mein Junge. Du glaubst nicht dran. Denn wenn du dran glauben würdest, dann würdest du jetzt in der Bank stehen und die Mitarbeiter würden dir Säcke mit dem Cash füllen. Von alleine. Junne, sag mir, wie viele Leute hast du diesen Monat schon ausgeraubt? Äh, einen? Der Tag hat 24 Stunden, die Woche hat 7 Tage und du willst mir sagen, du hast bis jetzt nur einen ausgeraubt? Da hinten ist ein Einkaufszentrum mit Minimum 20 Läden. Ich will jetzt, dass du da hingehst und mindestens 5 ausraubst. Denn du musst daran glauben, mein Junge. Glaubst du dran? Ja, ich glaub dran. Glaubst du dran, wirklich? Ja, ja, ich glaub dran. Dann geh jetzt hin und mach, was ich dir gesagt habe. Ja, ich mach das jetzt. Renn und schrei dabei! Das war knapp.